Herzlich willkommen hier aus dem Tamron Studio und auch herzlich willkommen zu Foto Erhard live. Wir sind heute hier im Rahmen der digitalen Hausmesse von Foto Erhard für Sie da, um nochmal einen kurzen Überblick zu geben über unser aktuelles E-Mount Line-Up, die Highlights, die wir auf den Markt gebracht haben. Eine Neuheit ist auch dabei, die erst seit kurzem verfügbar ist, das 70-300 für Sony E-Mount. Da gehen wir nachher auch nochmal konkreter darauf ein. Starten möchte ich heute mit der Trinity, so nennen wir das, also der heiligen Dreifaltigkeit der lichtstarken Objektive und da können wir direkt schon mal in die Präsentation springen. Da hätten wir unseren, man muss schon fast sagen, Klassiker, das 28-75-28 gefolgt, dann vom 17-28 und vom 70-180 alle zu 8er Lichtstärke. Also von Weitwinkel bis Tele, alles dabei, alles lichtstark. Hier können wir auch nochmal schauen, wie sie in der Realität nebeneinander aussehen. Da sind sie nochmal. Da haben wir hier das 17-28, das 28-75 und das 70-180. Um da auch nochmal den Größenvergleich zu zeigen, da gehen wir aber auch jetzt nochmal konkreter auf die einzelnen Objektive ein. Starten wir mit dem 28-75 für Sony E-Mount. Die Features mal kurz in der Übersicht und das betrifft, also sie werden einige der Punkte hier natürlich jetzt bei allen Objektiven immer wieder finden. Das ist auch das Konzept, da gehen wir hier und da auch nochmal konkreter darauf ein. Ganz wichtig bei der ganzen Sache ist das kompakte und leichte Design, in diesem Fall des Standardzooms. Da sehen wir auch gleich nochmal eine kurze Gegenüberstellung. Die exzellente Abbildungsleistung, also wir haben jetzt hier auf diesen Objektiven dieser Serie, da finden sie jetzt nicht mehr, wie sie das früher von den DSLR-Objektiven kennen, irgendwelche SP-Batches, die nochmal so einen extra Hinweis darauf geben. Aber hier haben unsere Designer wirklich darauf geachtet, dass die Bildqualität auf demselben Level ist wie bei den SP-Objektiven. Also wirklich Top-Abbildungsleistung. Eine super Naheinstellgrenze, in dem Fall von nur 19 cm im Weitwinkelbereich. Das Bouquet auch super. Da haben wir gleich auch nochmal ein paar schöne Beispielbilder, um darauf einzugehen. Autofokus ist sehr schnell und zuverlässig, ist ein RXD-Schrittmotor, der hier jetzt zum ersten Mal in der Form verbaut wurde. Und die Besonderheit bei dem Schrittmotor ist eben, dass er auch besonders für Videoaufnahmen geeignet ist, weil er eben besonders leise ist und besonders zuverlässig. Wetterfeste Objektivkonstruktion. Ich zeige das jetzt mal am Anfang ganz kurz. Hier sehen Sie die Gummilippe, die wir überall in den Elementen im Objektiv auch noch in ähnlicher Form verbaut haben. Also das ist das, was wir immer als Staub und Spritzwasser geschützt bezeichnen oder eben einfach wetterfest, der Einfachheit halber. Und ja, als letzten Punkt die manuelle Fokuskontrolle. Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Genau. Dann gehen wir hier mal in eine Gegenüberstellung mit einem 24-70, also einer Brennweite, die die meisten von Ihnen standardmäßig kennen. Und da bekommen wir natürlich auch immer die Frage, warum ist es denn ein 28-75 geworden? Warum ist es kein 24-70 geworden? In der Gegenüberstellung sieht man es glaube ich direkt. Das hat einfach damit zu tun, dass wir gesagt haben, wenn wir Objektive für den E-Mount konstruieren, dann soll das auch zum Body passen. Also ein kompakter Body verdient dann auch ein kompaktes Objektiv. Das Konzept oder die ganze Grundidee der spiegellosen Systemkameras kippt natürlich ein bisschen an der Stelle, wo man dann wieder, sagen wir mal eher traditionell konstruierte Objektive vorne dran schraubt, sprich ein sehr schweres 24-70, wenn es lichtstark ist, im Vergleich dann zu dem eher kompakten Kameragehäuse. In dem Fall sieht man es direkt beim Gewicht, das 28-75 von uns mit 550 Gramm gegenüber den ja fast 900 Gramm bei einem 24-70. Auch die Durchmesser und Länge ist sehr viel kompakter geraten, die Lichtstärke aber eben trotzdem gleich geblieben, 2,8. Die Naheinstellgrenze, da konnten wir auch was optimieren, eben mit den vorhin schon erwähnten 19 cm. Und das wird uns jetzt auch durch die ganze Präsentation begleiten, 67 mm Filterdurchmesser. Eben auch eine Sache, die uns sehr wichtig war, dass das so lange wie es eben geht von der Objektivkonstruktion her bei 67 mm bleibt, damit man eben ein Filterset sich holen kann und das auf allen E-Mount-Objektiven von Tamron weiter benutzen kann. Das ist einfach eine Geschichte, auf die wir ein bisschen stolz sind, dass wir das wirklich bei allen Modellen bisher so durchhalten konnten. Und das ist dann auch für den Endverbraucher eine super Geschichte. Ja, die Blendenlamellen haben wir hier neun Stück, genau wie beim 24-70. In dem Fall keine Bildstabilisierung, auch eine Geschichte, die sich so durchzieht aktuell bei uns. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass A, natürlich ein sehr guter Bildstabilisator in den meisten Sony-Buddies bereits verbaut ist, aber hat natürlich auch damit zu tun, hätten wir einen Bildstabilisator in das Objektiv gebaut, dann wäre es mindestens länger geworden. Also auch hier ist das eine klare Designentscheidung dafür zu sagen, wir brauchen hier keinen Bildstabilisator und sparen uns quasi das Gewicht und die Bauform, um ein noch kompakteres Objektiv zu gewährleisten. So, schauen wir uns mal direkt ein paar Beispielbilder an. Hier haben wir schon das Thema Bouquet, also hier aufgenommen bei 75 Millimetern mit Blende 2.8. Man sieht direkt wunderschöne Freistellung, so wie man sich das bei Porträtaufnahmen wünscht. Und dafür ist das Objektiv ja unter anderem auch gedacht, eben als Standardbrennweite. Hier sieht man auch nochmal so ein paar Beispiele, wie das Bouquet sich auswirken kann. Hier bei 75 Millimetern auch Blende 2.8. Oder hier das schöne Spiel zwischen Vordergrundunschärfe, dann der Schärfe im Mittelpunkt des Bildes und nach hinten raus wieder eine schöne Hintergrundunschärfe bei 28 Millimetern auch bei Blende 2.8. Und natürlich auch einfach wunderschöne Landschaftsaufnahmen mit einer Standardbrennweite. Genau wie bei Portrait auch hierfür prädestiniert. Funktioniert auch super und ist bis in die Ecken scharf. Ich hoffe, man kann das im Stream alles gut erkennen. Also wirklich tolle Bildqualität. Und ja, eins der ersten Objektive eben für den E-Mount, wo wir gesagt haben, perfekt geeignet für Ausflüge und für Reisen. Aber da haben wir nachher dann noch ein paar Spezialisten, die wir mittlerweile auf dem Markt haben. Gehen wir direkt mal weiter zu dem Objektiv, was dem 28-75 folgte. Die Weitwinkelvariante 17-28, auch mit Blende 2.8. Eben auch wieder ein sehr kompaktes und leichtes Design. Auch eine Naheinstellgrenze von 19 Zentimetern im Weitwinkelbereich. Besitzt denselben RXD-Schrittmotor, wetterfeste Objektivkonstruktion. Und das sind im Übrigen auch alle E-Mount Objektive von Tamron vollkompatibel immer zu den Funktionen des Sony Buddies, sprich Augen-Autofokus, Fast-Hybrid-Autofokus und so weiter. Das ist immer gegeben. Auch hier die Gegenüberstellung zu einem Mitbewerberobjektiv, in dem Fall einem 16-35 zu 8. Auch hier sieht man wieder, das Gewicht spielt eine große Rolle. 420 Gramm zu 680 Gramm. Sehr viel kompaktere Bauformen. Und auch hier der Filterdurchmesser wieder bei 67 Millimetern. Neun Blendenlamellen haben wir dabei. Und wettergeschütztes Gehäuse, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Hier mal ein typisches Beispielbild erstmal für ein Weitwinkelobjektiv, auch wenn es jetzt im Hochformat ist. Also Architektur, das ist natürlich etwas, was die meisten Leute mit einem Weitwinkel auch gerne fotografieren. In dem Fall ist denke ich auch klar, warum. Also man kann hier wirklich so den ganzen schönen Bogen erkennen inklusive der Decke. Das ist natürlich etwas, was man dann bei anderen Brennweiten nicht so gut hinbekommt. Aber das Objektiv ist auch noch für andere Bilder geeignet. Also in dem Fall hier einfach, um eine schöne Szenerie aufzunehmen. Hier die Hände von dem Model. Das war unser Fotograf Philipp Ruhrp, der in Marokko unterwegs war. Das hat man auch in dem vorigen Bild, glaube ich, schon so ein bisschen gesehen. Es geht so in die orientalische Richtung. Wir hatten ihn gebeten, er möge doch vielleicht, wenn es geht, auch so ein bisschen Wildlife aufnehmen. Das hat er geschafft. Also in Marokko gibt es ganz viel Wildlife und das war so das gefährlichste Tier, was ihm über den Weg gelaufen ist. Und er hat sich da ganz todesmutig, muss man sagen, hat er sich dem Tier genährt und hat eine tolle Aufnahme gemacht. Aber nicht nur dem Tier, sondern auch dem hier. Und die Katze war jetzt vielleicht nicht ganz so gefährlich. Aber hier hat er mir gesagt, also nur damit man das ein bisschen einordnen kann. Das ist jetzt kein kleines Insekt, sondern er meinte, das war ungefähr Handflächengroß. Also es ist schon ein ordentliches Insekt. Aber trotzdem mit dem Weitwinkel kann man das halt schön in Szene setzen. Schöne Hintergrundunschärfe wieder und ja, so schaut das Tier gedankenverloren in den Sonnenuntergang. Aber auch Modelfotografie oder Portraitaufnahmen im weitesten Sinne. Möglich mit dem Objektiv hier bei 28 Millimetern aufgenommen. Funktioniert auch super. Also da muss man keine Angst haben, dass das jetzt irgendwelche komischen Verzerrungen, Verzeichnungen mit sich bringt. Und natürlich eine Geschichte, die ihm besonders am Herzen liegt. Sportaufnahmen. Sagt man jetzt eher klassischerweise, ist vielleicht eher so die Tele-Disziplin Sportaufnahmen. Aber genau das ist nicht das, was er gerne fotografiert, sondern er ist gerne sehr dicht dabei. In dem Fall mit seinen Mountainbikern, die hier Downhill runterfahren. Und hier ist er bei 17 Millimetern, hat er diese tolle Aufnahme gemacht. Und da muss natürlich auch der Autofokus sitzen, damit eben diese eingefrorene Szene mit dem Staub und den aufwirbelnden Steinchen möglich wird. Also auch das problemlos möglich mit dem 1728. Und last but not least, natürlich für viele auch interessant, gerade wenn es um Weitwinkel und lichtstarke Weitwinkel geht, die Astrofotografie. Und da hat er auch mal ein schönes Beispiel gemacht. Bei 15 Sekunden Langzeitbelichtung einen schönen Sternenhimmel fotografiert. Also auch das oder speziell für sowas ist natürlich das 1728 auch super geeignet. Und ja, kann man gerne mal ausprobieren. Das sind natürlich immer Bilder, die Spaß machen. So, der dritte im Bunde, das dritte Objektiv im Bunde, das 70-180. Die Tele-Variante in der Trinity. Auch für ein Tele sehr kompakt geraten mit weniger als 150 Millimetern Länge. Wieder der Filterdurchmesser 67 Millimeter. Hat sogar einen etwas optimierteren Autofokus-Motor. In dem Fall ist es der VXD-Motor, der nochmal speziell für die Telefähigkeit des Objektivs optimiert wurde, um da einfach noch bessere Performance rauszuholen. Ist aber genauso wie die RXD-Varianten auch super für Videoaufnahmen geeignet und extrem leise. Ist halt nochmal optimiert für den Tele-Bereich. Schauen wir uns hier auch nochmal kurz die Gegenüberstellung an. Hier ist glaube ich ein kleiner Fehler drin. Das müsste 70-200 heißen. Vielleicht können wir das nachträglich noch korrigieren. 810 Gramm zu fast 1,5 Kilo muss man sagen. Also das ist natürlich schon eine Menge, was man da einspart an Gewicht. Die Bauform auch angenehm kompakt. Blende zu 8 ist klar. Dann haben wir hier bezüglich der Naheinstellgrenze nochmal ein paar Besonderheiten. Und zwar, wenn wir in den manuellen Fokus gehen, dann kommen wir je nach Brennweite auf 27 cm runter. Das ist eine tolle Geschichte und wir sehen hier auch schon auf der Gegenüberstellung, dass ebenfalls im manuellen Fokus wir einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 hinbekommen. Also wie gesagt, wenn wir manuell fokussieren, das macht das 70-180 fast zu einem Makroobjektiv. Es gibt gleich auch eine kleine Beispielaufnahme, wo man das nochmal sieht. Also auch das eine Möglichkeit, die man mit diesem Objektiv hat. Also Tele-Makro im wahrsten Sinne des Wortes. Neun Blendenlamellen, wettergeschütztes Gehäuse und auch die Linsenbeschichtung gegen Streulicht, Geisterbilder ist auch mit dabei. Hier mal eine kurze Gegenüberstellung, was der Unterschied genau ist zwischen den 180 mm und den 200 mm. Da werden wir immer gefragt, also der Grund, warum es 180 und nicht 200 hat, ist wieder in der Bauform bedingt. Also hätten wir ein 70-200 gebaut, dann wäre es mindestens größer geworden und wahrscheinlich auch sehr viel schwerer. Und hier sieht man einfach mal in der Gegenüberstellung, dass man im Tele-Bereich da jetzt nicht so wahnsinnig große Unterschiede sieht. Also 200 mm versus 180. Wenn man es ein bisschen croppt, dann hat man quasi dasselbe Ergebnis. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass da nicht so wahnsinnig viel Unterschied zu sehen ist. Hier auch nochmal die 2,8er Lichtstärke in Bezug auf Portraitaufnahmen. Auch wieder ein wunderschönes harmonisches Bouquet. Die Dame ist wunderbar freigestellt. Auch das mit diesem Objektiv problemlos möglich. Auch in schwierigen Lichtsituationen wie hier mit sehr hellen Lampen, aber dann doch einem eher dunklen Hintergrund wird alles perfekt abgebildet. Und das war unser Fotograf, der in einer Ballettsituation fotografiert hat. Das gilt aber natürlich und dafür ist es auch gebaut und auch klassisch natürlich wird es verwendet für Konzertfotografie. Die sind ja ein bisschen schwierig, aber trotzdem natürlich für solche Situationen perfekt geeignet, wo man also sehr viel Licht auf den Protagonisten hat, auf den Musikern, auf den Darstellern und eben einen sehr dunklen Hintergrund schafft das Objektiv perfekt. Eben auch durch die hohe Lichtstärke. Das war das, was ich anfangs meinte. Die Makrofunktionalität. Hier jetzt wirklich mal bei 180 Millimetern. Ganz kleines Detail herausgearbeitet. Man kann glaube ich erahnen auf dem Bild durch das Moos, also wie klein diese Blätter wirklich sind und die Tropfen. Also wirklich toll geeignet, um auch solche Situationen, solche Szenen herauszuarbeiten mit dem 70-180. Dann kommen wir zu einem Objektiv aus diesem Jahr, dem 28-200, dem ersten Reise-Zoom oder High-Power-Zoom, wenn man so möchte, von Tamron, was im Weitwinkelbereich mit Lichtstärke 2.8 beginnt. Das hat es so in der Form noch nicht gegeben. Also wer Tamron schon ein paar Jahre verfolgt, der weiß, wir haben eine lange Historie an Reise-Zooms, an Mega-Zooms, die immer Neuentwicklungen und Innovationen darstellten in ihrer Zeit. Und hier ist jetzt quasi pünktlich zu unserem 70-jährigen Jubiläum, haben wir ein Objektiv auf den Markt gebracht, was einen wahnsinnigen Zoom-Bereich hat. Es ist trotzdem sehr kompakt gebaut. Ich möchte das auch mal gerade demonstrieren. Ich zeige das mal gerade, Sekunde. Und zwar werden wir jetzt mal diese beiden Objektive gegenüberstellen. Das hier ist das 28-75, was wir vorhin schon gesehen haben. Und jetzt stellen wir mal das 28-200 daneben. Und ich denke, man kann es einigermaßen erkennen, dass der Unterschied da gar nicht so groß ist bzw. eigentlich nicht vorhanden ist. Also beide Objektive fast die exakte selbe Bauform und trotzdem so ein wahnsinniger Zoom-Bereich. Schauen wir nochmal auf das Datenblatt. Genau. Wie erwähnt, 28 x 28 Millimetern. Wirklich eine Weltneuheit bei den High-Power-Zooms. Dann trotz alledem immer noch eine Blende von 5, 6 x 200 Millimetern Tele, was auch nicht zu verachten ist. Und auch da haben unsere Ingenieure wirklich eine Menge Arbeit und Zeit investiert. Die Abbildungsleistung dieses Objektivs ist wirklich nochmal ein neues Level, was diese Kategorie von Objektiven anbelangt. Da sehen wir gleich auch nochmal ein paar Beispiele. Also es ist wirklich ein fantastisches Paket für unterwegs, für alle möglichen Situationen und nochmal erweitert eben durch die Lichtstärke 28 im Weitwinkelbereich. Natürlich genau wie die anderen Objektive voll kompatibel zu den Funktionen der Kamera und besitzt ebenfalls ein RXD-Schrittmotor. Also auch die Videofunktionalität ist hier voll unterstützt. So, auch hier nochmal ein kleiner Vergleich zu einem Mitbewerberobjektiv 24 240. Da sehen wir direkt schon die Unterschiede natürlich in der Lichtstärke, aber wieder auch im Gewicht mit 575 Gramm. Eben auch kein schweres Objektiv im Vergleich zu anderen. Ja, und ist eben auch genau wie alle anderen Objektive wettergeschütztes Gehäuse, hat es und auch die Linsenbeschichtung wie die Objektive der Trinity-Serie. Eine Frage, die wir dann natürlich immer bekommen, wie sieht das aus? Wann verändert sich die Lichtstärke in welchem Faktor, wenn ich rauszoome? Hier mal die kleine Übersicht, also wir beginnen mit 28 Millimetern zu 8. Bei 50 Millimetern sind wir dann bei Blende 3.5, bei 100 Millimetern bei 4.6, bei 150 Millimetern bei 5.3 und dann schlussendlich bei 200 Millimetern bei Blende 5.6. Da gehen wir auch mal direkt ins Detail, um nochmal wirklich die Fähigkeiten dieses Objektivs zu demonstrieren. Der eine oder andere von Ihnen wird es vielleicht kennen. Das ist in Köln am Rheinauhafen, Blick auf das Hafenamt. 200 Millimeter, also ich gehe nochmal zurück, 28 Millimeter, damit haben wir angefangen und dann zu 200 Millimeter reingezoomt. Und jetzt schauen wir uns mal ein Detail an. Und zwar hier, da gehen wir jetzt, also wir stellen sich vor, wir machen das Bild in Photoshop auf und zoomen dann mal auf 100%. Und das ist dieses Ergebnis hier. Und ich glaube, man kann erkennen, man sieht also wirklich jeden Ziegelstein, jeden einzelnen Ziegelstein. Aufgenommen ist das Ganze hier mit einer Sony Alpha 7 R III. Das heißt, wir sind da bei ungefähr 42 Megapixel Auflösung. Und das kann man auch wirklich benutzen, also um Ausschnittsvergrößerungen sich nochmal heranzuholen oder Details herauszuarbeiten. Diese Megapixelzahl kann man dafür wirklich gut nutzen und die Objektive sind auch dafür gebaut, um eben diese hohe Auflösung zu unterstützen. Und hier, ich zeige das nochmal in der Übersicht. Also das ist die Strecke, die wir da zurückgelegt haben, rein optisch. Also angefangen von der Brücke, ich kann das mal hier gleich mit der Maus gerade zeigen. Da stand quasi der Fotograf und hier ist das Hafenamt. Da reden wir also von fast 560 Metern, die wir da überwinden, rein optisch. Und ich finde das einfach mal interessant, sich das vor Augen zu halten, welche Details man bei über einem halben Kilometer da tatsächlich noch herausarbeiten kann. Auch hier nochmal ein kleines Beispiel ist jetzt ja quasi ein Telemakro, wenn man so möchte. Oder man kann da auch auf jeden Fall Details herausarbeiten. Einfach nochmal um zu demonstrieren, also auch hier, wenn man da 100% hineinzoomt, was man dann noch für Details wahrnehmen kann. Also da kann man wirklich bei der Biene in der Blume noch die einzelnen Härchen und Details am Flügel und so weiter ausmachen. Das ist also in Kombination möglich und zeigt, denke ich, auch ganz gut die Abbildungsmöglichkeiten und die Abbildungsleistung dieses Objektivs. Hier nochmal kurz drauf eingegangen bei den Weitwinkelaufnahmen und Blende zu 8. Wie sieht das mit dem Bokeh aus? Auch hier, ähnlich wie bei den anderen Objektiven, ein wunderbares weiches Bokeh. Das Model ist schön herausgearbeitet. Also auch das ist möglich mit dieser Objektivgeneration und macht einfach Spaß, alle Möglichkeiten auszuprobieren, die man damit hat. Mit einem Objektiv, was man dabei hat. Und da kommen wir zur Neuheit dieses Jahr, beziehungsweise das neueste Objektiv, was wir auf den Markt gebracht haben. Verkaufsstart war letzte Woche, Donnerstag. 70-300 mm ist jetzt auch das erste Objektiv, wo, sagen wir mal, neben dem 28-200 die Brennweite hat es auch schon gegeben, aber ein 70-300 ist jetzt eher eine Brennweite, die die Leute kennen. Das kann ich jetzt auch nochmal gegenüberstellen. Dafür nehmen wir mal erst das 28-200, das, was wir mal nebeneinander gestellt haben. Das ist ungefähr die Bauform. Ich hoffe, die Sonne blendet da jetzt nicht so sehr. Man kann es einigermaßen erkennen. Und dann stelle ich einfach mal das 70-180 daneben. Und auch da sieht man, da ist auch eigentlich kein Unterschied in der Bauform zu kennen. Natürlich, das 70-300 hat da eine andere Lichtstärke. Aber ich denke, man sieht für den Brennweitenbereich auch ein sehr kompaktes Objektiv. Gehen wir hier auch nochmal in die Features. Das kompakteste und leichte Telesum-Objektiv der Welt. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Auch auf die Bildqualität haben wir noch ein paar schöne Beispiele, um das auch nochmal in den Fokus zu heben. RXD-Schrittmotor ist wieder dabei. Natürlich die wetterfeste Objektivkonstruktion. Und hier jetzt nochmal im Vergleich zu einem Mitbewerberobjektiv auch einem 70-300. Das Gewicht fällt wieder auf 545 Gramm. Ist also über 300 Gramm leichter als andere Modelle. Ich habe es jetzt hier mal ein bisschen blau markiert. Da haben wir schon mal die Frage bekommen. Also wir haben ja anfangs gesagt, es ist das kompakteste Objektiv auf dem Markt. Wobei es natürlich jetzt einen kleinen Ticken länger ist als das Mitbewerberobjektiv. Das ist richtig. Aber wir reden da von kompakt. Also da kommt es auch einfach auf den Durchmesser an. Und der ist ja nochmal deutlich geringer und es ist auch einfach leichter. Also die generelle kompakte Bauform, das war uns wichtig. Wir wollten da jetzt keine Abstriche machen im Telebereich, denn daraufhin ist es im Übrigen noch optimiert. Also weil die Ingenieure gesagt haben, bei 300 Millimetern, wenn ich mir so ein Objektiv zulege, dann möchte ich die 300 auch nutzen. Und da ist dann wirklich nochmal viel Arbeit reingeflossen worden. Das können wir gleich auch sehr eindrucksvoll, glaube ich, demonstrieren, wie viel Qualität da in den 300 Millimetern auch noch drin liegt. Deswegen hat man jetzt gesagt, man geht den Kompromiss ein, es in diesem Fall ein kleines bisschen länger zu machen. Dafür haben wir aber auch die 300 Millimeter und eben nicht 250 oder 280 oder was auch immer es geworden wäre, wenn man es ein kleines bisschen kürzer konstruiert hätte. Der Filterdurchmesser auch hier wieder 67 Millimeter, also die komplette Serie, die wir heute gesehen haben. Und auch alle anderen E-Mount Objektive von Tamron besitzen den 67er Filterdurchmesser. Also braucht man sich nur noch ein Set zu holen, was einem gefällt und dann kann man alle unsere Objektive damit benutzen. Kommen wir hier mal zu einem der ersten Beispielbilder. Thema Perspektive. Also was hier gemeint ist, als das Bild aufgenommen wurde oder der Fotograf, der das Bild aufgenommen hat, saß im Auto, als er das gemacht hat. Quasi im Vorbeifahren sozusagen. Soll einfach demonstrieren an der Stelle, dass eben bei 280 Millimeter, man sieht es, dass der Telebereich einfach dazu führen kann, dass man seine Perspektive schnell ändern kann. Also gerade wenn man solche Szenen sieht, man vielleicht nicht viel Zeit hat, um anzuhalten, aber trotzdem die Szenerie toll findet und es aufnehmen möchte. Dann kann man sich dem Telebereich bedienen, um quasi so zu tun, als wenn man näher dran ist, vielleicht auf einer Erhöhung steht und auf die Stadt runter fotografiert. Das ist damit auf jeden Fall möglich. Solche Möglichkeiten hat man dann anders wie jetzt zum Beispiel bei einem Weitwinkel, wo man anders planen muss, um seine Bilder zu machen. Auch für Stadtfotografie durchaus geeignet. Auch da ist üblicherweise, haben wir ja vorhin gesehen, natürlich in Weitwinkel das Objektiv, was man jetzt speziell für Architektur und für Stadtaufnahmen vielleicht eher wählen würde. Aber auch mit einem Tele, wenn man das dabei hat, ermöglicht einem das ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel solche Aufnahmen, wo man einfach mal eine andere Perspektive sich ran holt. Etwas, was man jetzt mit einem Weitwinkel so vielleicht nicht aufgenommen hätte, sondern gewisse Strukturen rausarbeitet, interessante Szenen rausarbeitet und sich damit mal ausprobiert. Hier noch ein kurzer Brennweitenbereich. Das ist jetzt keine spektakuläre Aufnahme, aber einfach mal, um zu zeigen, was möglich ist. Hier sind wir bei 70 Millimetern und gehen mal auf 300 Millimetern. Man sieht hier die ganzen feinen Strukturen der Pallenblätter. Das sind natürlich dann so Punkte, da wird es dann mit Ausschnittsvergrößerung langsam schwierig, wenn man solche Details rausarbeiten möchte. Und dafür ist dann eben ein Teleobjektiv perfekt geeignet. Auch hier Tele-Makro. Das 70-300 ist jetzt nicht wie zum Beispiel das 70-180 jetzt auch nochmal wirklich dediziert für Makrofotografie geeignet. Nichtsdestotrotz eben durch den Telebereich oder durch eine Teleaufnahme kann man sich solche Szenen heranholen. Und in dem Fall war es halt, hat unser Fotograf einfach diese relativ große Wespe. Also er meinte auch hier, das war wieder ein relativ großer Oschi, ungefähr daumengroß, hat er sich einfach mal herangeholt, ohne sich zu nah an das Tier heranzubewegen. Ja und da kommen wir jetzt langsam auch schon zum Abschluss. Das jetzt nochmal, um wirklich auf die Qualität einzugehen. Also das 70-300 ist natürlich jetzt auch nicht das klassische Portraitobjektiv. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich auch eher wieder das 70-180. Aber nichtsdestotrotz hat unser Fotograf, das war der Martin Kolop, hat sich mal gedacht, er probiert es einfach mal im Studio aus. Man muss auch dazu sagen, das sind natürlich jetzt keine Alltagsbedingungen. Also es ist natürlich super ausgeleuchtet und es ist genug Licht da und und und. Aber um einfach mal die Abbildungsleistung dieses Objektiv zu zeigen und was ich anfänglich erwähnt habe, was es bedeutet, dass die Ingenieure so viel Arbeit auch in den Telebereich investiert haben. Da können wir jetzt nochmal schauen. Das ist eine Aufnahme vom Gesicht des Models bei 300 Millimeter. Und da zoomen wir jetzt einfach mal oder was heißt, wir zoomen rein, da nehmen wir jetzt auch die 100 Prozent und gehen aufs Auge. Und ich glaube, man kann erkennen, also da ist wirklich alles sichtbar, jede Wimper, jedes Härchen, jede Pore. Also auch das ist durchaus möglich mit dem 70-300 kann man jederzeit in der Form dann auch umsetzen. Ja und das war es dann auch schon von uns. Und ich hoffe, wir haben Ihnen einen kleinen Überblick geben können über das aktuelle Line-Up, über die spannenden Objektive, die wir für den E-Mount im Angebot haben. Und wir hoffen, Sie schauen mal bei Foto Erhard auf den Shop, schauen sich mal um. Es gibt tolle Angebote von Tamron und ja, probieren mal vielleicht ein paar Objektive aus, schauen sich ein paar Videos an, ein paar Tests an. Und vielleicht haben wir Ihnen ja die ein oder andere Inspiration gegeben, in Zukunft rauszugehen, spannende Bilder zu machen und viel Spaß mit den Objektiven von Tamron zu haben. Ich bedanke mich bei Ihnen und sage bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020